einer meiner besten und zwar der peter hat mich gerade per whatsapp was gefragt und zwar wollte peter wissen ob es möglich sei wenn man jetzt mehrere samples sowie hier in einem drum rack hat die einzelnen samples mit unterschiedlicher intensität zu seinen send effekten oder beziehungsweise sein return effekten zu senden wenn man jetzt das drum rack aufklappt dann sieht man wenn man sich das auch ein bisschen näher anguckt dass ja leider innerhalb der einzelnen samples hier die sendregler fehlen und deswegen ist das nicht so ohne weiteres möglich beziehungsweise es ist nicht möglich die zu seinen globalen return effekten zu schicken aber es ist möglich wenn ihr hier drauf klickt und das routing innerhalb des drum racks hier anzeigt dann gibt es hier ein kleines r das r steht hierfür return effekte wenn ich darauf klicke dann kann ich jetzt hier audio effekte reinziehen zum beispiel ich nehme jetzt einfach mal ein reverb plugin dann natürlich immer darauf achten wenn ihr reverbs als send und return effekt nutzt dann unbedingt wet auf 100 prozent stellen damit wir das original signal nicht zusätzlich dazu mischen das würde das ganze nur lauter machen okay und sobald wir jetzt einen return effekt hier in den drum rack gezogen haben können wir mit diesem kleinen essregler hier die sense aktivieren die jetzt jeweils nur für das sample innerhalb dieses drum racks gelten also wenn man jetzt mal diese sample hier nehmen und ich den sendregler hier aufdrehe dann hört man ist das im reverb drin ich drehe das mal hier ein bisschen auf damit man das noch deutlicher hört oh yeah und das sample daneben ist komplett trocken peter ich hoffe ich habe deine frage beantwortet bis dann feder hoch das war D ... ... ... ... ... Vielen Dank.